Molle oder Trimax hier, der 8-Tages-Stream aus der Streamer-WG im LAN-Party-Studio startet, mit dabei G-Time, Chef Strobel, Sebo und Umatra, es wird so geil, wir werden nur, nur Minecraft-Socken, wir haben so viel vor, dass wir es in 8 Tagen überhaupt nicht schaffen können, wir freuen uns so sehr, wir waren gestern schon bei der Vorbereitung so hyped, es geht jetzt rein, wir haben auch einen Bestrafungsrat, das seht ihr dort, da haben wir jetzt, die Bestrafung kommt noch an, wir können erstmal sammeln, bei mir sind es erstmal jetzt angedacht, alle 100 Subs, kommt eine Bestrafung, und es gibt verschiedene Bestrafungen, einmal haben wir so ein Riechsalz, das kenne ich nicht, keine Ahnung, dann haben wir ein Sturmfeuerzeug mit Lichtbogen, was einen Elektroschock geben kann, aber es macht irgendwie nur eine Megahitze, ich glaube man kriegt einfach eine Verbrennung, Romatra hat da irgendeinen Scheiß bestellt, das müssen wir einmal noch testen, dann wollten wir einen Löffel Sand nehmen, aber bisher ist nur der Zimt angekommen, einfach einen kompletten Löffel Zimt im Mund, dann wollten wir Wurstwasser bestellen, aber auch das hat Romatra verkackt, er hat Wurstwasser ausgewählt, da steht hier Zielspezies Hund, also das ist einfach Hundewurstwasser, einfach so, damit Hunde mehr trinken, dann haben wir noch Sauerkraut-Saft-Shorts, ein Epilierer, wo wir 5 cm überall Haare einmal wegziehen, und ein Wehensimulator, also ich glaube ich habe von all den Bestrafungen noch nie was gemacht, wird sehr interessant, bei den anderen können die natürlich auch reinzappen, die haben ihre Subcodes noch nicht gesagt, wann sie das Rad drehen, heute kommt die Beschrafung an, und dann werden wir sie dann nach und nach machen, aber wir werden diese Subs erstmal sammeln, ich habe ultra Bock, ihr müsst einschalten, sagt euren Freunden Bescheid, und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich im Stream zum 8-Tage-Stream. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich im Stream.